Hallo, ich bin Stefan, 39 Jahre alt und lebe mit meiner Familie im wunderschönen Dresden. Hier sind wir am Glockenspiel, einem Ort mit einem ganz besonderen Ausblick auf die historische Altstadt von Dresden. Dresden, das ist für mich Heimat und eine Stadt mit Vergangenheit und Zukunft und einer ganz besonderen Anwendung. Diese Energie und was es mit diesen kleinen, innovativen Solarzellen auf sich hat, das möchte ich euch heute zeigen. Kommt mit auf einer Weise durch meinen Dresden. Wir alle brauchen mehr und mehr Energie, doch die Art und Weise wie wir diese erzeugen, darf doch nicht zulasten der Ressourcen unserer Erde gehen. Schaut mal da oben um die Sonne. Sie liefert mehr Energie als wir alle je benötigen. Doch warum nutzen wir die Kraft der Sonne nicht viel besser als wir das heute? Das ist genau das Ziel unserer Firma Heliatek. Wir wollen saubere und nachhaltige Energie aus der Sonne auf den Gebäuden dieser Welt erzeugen. Wie das geht, das will ich euch jetzt zeigen. Kommt mit! Jetzt sind wir in der Produktion. Schaut mal, das sind unsere innovativen Solarfolien. Dafür benötigen wir sehr wenig Material und schon somit die natürlichen Ressourcen unserer Erde. Der Strom aus diesen Solarfolien ist bis zu 100 Mal sauberer als Kohlestrom. Da unten ist jemand, den ich euch gerne vorstellen möchte. Kommt mit! Das hier ist Jan von der CTO. Jan, sag doch mal, was macht die Fertigung hier so besonders? Alles was wir hier sehen ist einzigartig. Gibt es kein zweites Mal auf der Welt und wurde nur zu einem Zweck entwickelt, nämlich diese hoch flexiblen, effizienten Solarfolien herzustellen. Die Rolle, die wir hier sehen, ist über zwei Kilometer lang, wiegt über 100 Kilogramm und hat über 1000 Solarmodule, die wir auf alle Dächer, Gebäude, Fassaden dieser Welt kleben wollen. All das wurde entwickelt von Schlauenköpfen in Dresden. Schaut mal hier, Solarfolien in XXL. Auch das ist mit unserer Technologie möglich. Überlegt einmal, wie viele Gebäudeflächen dieser Erde man mit den Solarfolien einfach bekleben kann und sie so in saubere Stromerzeuger verwandeln kann. Spannend, oder? Saubere Energieerzeugung einfach überall. Innovation und Hightech Medien Dresden. Das ist das, was mich und meine Kollegen hier bei der Heliatek jeden Tag antreibt. So, und jetzt kommt noch mal mit. Ich zeige euch, wo man die Energie dieser Stadt noch mal ganz anders erleben kann. Hier bei Dynamo spürt man ganz besonders die Energie der Stadt und der Menschen. Dynamo, es geht, es geht Dynamo. Schaut mal hier, die ganze Stadt liegt einem zu Füßen. Der perfekte Ort, um einen Tag ausklingen zu lassen, neue Energie zu tanken. Dresden ist einfach eine wunderschöne und lebenswerte Stadt mit ganz besonderen Menschen. Und ich hoffe, ihr konntet die Energie dieser Stadt selbst spüren und kommt einmal selber vorbei.